Dann haben wir den Teil auch schön gemacht. Obwohl, hier könnte man noch den großen Park hin machen. Also den wirklich großen. Ist das der wirklich große Park? Nein, das ist der wirklich große Park. Der passt hier nicht hin. So den hier reinpacken. So den hier reinpacken. Hier laufen eh keine Leute rum, weil sie halt auch nicht rüberkommen. Also hier im Kreisverkehr. Weil das ist nämlich eine Autobahn. Und die da nicht rumlaufen. So, okay. Können wir da eigentlich noch ein paar Wohnhäuser hin machen. Obwohl wir brauchen gar keine, ne? Jo, geht es nicht. So, geht es nicht. Aber, guck mal. Stellen Sie sich gleich hin. Doch, doch. Das ist okay. Damit kannst du leben. Wie sieht es hier aus? Da würde ich auch noch mal die kleinen Einkaufsläden hin machen. Gewerbegebiete. Ja. Hier können wir nochmal Servicegebäude hin machen. Müssen wir mal gucken, was wir da brauchen. Ah. Haben wir da noch eine Arztpraxis. Eine Feuerwehr, eine kleine. Können wir hier hinsetzen. Oder? Ne. Hier ist genug. Da ist die große. Da hinten ist eine große. Sogar eine richtig große. Äh. Die kommt nicht so weit rum anscheinend. Das ist ein Schwimmbecken. Die Wühlzone. Offshore-Boden-Insel. Gut, die können wir nicht benutzen. Zumindest könnten wir sie benutzen. Aber wir sind nicht am Meer da hinten. Da ist jetzt unsere. Vielleicht haben die was dagegen, wenn wir das da hinstellen. Ähm. Ähm. Fracking. Fracking. Oh, im steht da. Fracking-Werk. Okay. Fracking. Okay. Naft. Naftar. Fracking-Werk. Okay. Und Sneaker-Fabrik. Oh. Der braucht keine Sneaker. Fracking-Werk. Ja. Setz mal die Feuerwehr doch da an die Ecke. So, okay. Gucken wir mal bei der Polizei nochmal rein. Aber. Ist. Okay. Die steht da hinten. Okay. Also das ist halt die, das Schwimmzentrum. Also. Warum sollte das, äh, Feuergefahr haben? Ist, ich, ich, ist auch genügend Wasser. Unseren Schlauch nur ins Schwimmbecken halten. Junge, 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 Junge. Okay. Hier nochmal. Ja. Hier packen wir auch noch ne. Packen wir auch noch ne. Ähm. Na ja, eigentlich wollte ich da keine hinstellen, ne? Braucht wir hier gar nicht. Hier bräuchte man eigentlich ne große und keine, keine kleine. Machen wir mal. Bild hoch. Oder hier hinten drauf drücken, dann geht das auch. Mal mit Bild drauf runter auch machen. Ach, der ist nicht. Mh, 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 mh. Der ist nicht ne Fußgängerzone drin. Okay. So. Sollte es aber. Ja, sieht schon besser aus. Aber ganz ehrlich, wie viel Feuerwehren muss man hier reinstellen, damit das hier einigermaßen aussieht. Hier steht auch nur eine drin. Gut, vielleicht sind die anderen noch im Radius. Ja, komm, machen wir hier auch noch ne kleine hin. Ah, wir haben noch genügend Geld. Ist alles gut, alles gut. Polizei nochmal kurz gucken. Das sieht aber auch ganz okay aus. Machen wir trotzdem. Dann haben wir alles nochmal servicetechnisch abgefrühstückt hier. Schule. Wo steht die nächste Grundschule? Da hinten irgendwo. Dann packt man sich die Grundschule hin. Normale Oberschule. Und dann... Schauen wir mal ganz kurz, wo hier der Bus fährt. Da hinten fährt der Bus. Ja, hier vorne ist gar nichts. Gut, ich könnte mir auch vorstellen, warum. Wenn wir bei Einbahnstraßen sind. Ja, wir könnten nicht mal im Kreis fahren, weil wir hier hinten nicht hochkommen. Also hier könnte man nicht oder so rum im Kreis fahren, weil einmal hier rein und da raus. Entgegengesetzte Seite. Also wir könnten so rumfahren. Wollen wir mal nicht. Ist okay. Pass auf. Wir machen eine kleine Strecke hier. Nur bis hier vorne irgendwie. Kommen wir da hin? Dann sollen die hier vorne umsteigen. Können sie ja bis zu den Haltestellen laufen. Und dann drehen wir hier vorne. Machen wir mal hier. Da geht es auch durch. Da geht es auch durch. Okay. Dann fahren wir da durch. Da. Hier. Okay. Nur eine kleine. Nur einen kleinen Zubringer. Das ist okay. 141. Da habe ich ihn schon wieder. Schönen Tag, um lebendig zu sein. Irgendwann machst du so. Das ist wieder so eine kleine Spitze von ihm hier. Oh nein. Was ist mit dem los? Einmal gewonnen. Zweimal verloren. Geht ja gar nicht. Ach nee. Was soll man denn da machen? Wie sieht es denn hier aus? Kriegen wir jetzt hier endlich ein Level ab oder nicht? Ah, das dauert noch die dritte. 55%. Buildings? Ah, Fakultäten bräuchte ich vielleicht noch. Also auch wir vergrößern das mal ein bisschen. Ja, genau. Ja, genau. Äh, da. Gucken wir mal, ob wir da noch was reinstellen können. Warte mal. So. Wir haben ja hier. Das ist immer noch nicht ausgebaut. Das ist halt doof. Aber gut. Da mal die Fakultäten. Ach, das ist nur so klein. Okay, jetzt habe ich es so. Na gut, das ist für später. Die können wir hier vorne noch mit dabei stellen. Die Fakultäten. Gucken wir mal hier. Oder hier an die. Ne, die muss in die Hauptstraße anscheinend. Können wir die auch außerhalb stellen? Ne, ne, ne. Doch, die können wir außerhalb stellen. Wofür sind die denn gut? Hm. Okay. Will hier aber schon hier haben. So mickrisch aus, ne? Für den anderen, äh, äh, Schlafsälen und so. Na okay. Universitätsstudenten, die sich auf bestimmte Bereiche spezialisieren möchten, können es, äh, äh, in diesen Fakultätsgebäuden tun. Okay. Zwölf von acht, tun da. Ich, vielleicht hätte ich nicht so viele Bauern brauchen. Wenn da so viele reinpassen. Hm. Gut. Guck mal nochmal. Wir haben ja 1091 von 4.250, die hier auf die Schule gehen könnten. Hm. Ja. Gut, gut. Zwölf Passagierung. Das lohnt sich ja richtig. Ah, guck mal, ich hatte mir überlegt, hier vielleicht hier hinten noch eine Seite-Stelle reinzumachen. Eine kleine. Wie hier. Müll. Ach ja, wir hatten immer noch Müllprobleme, ne? Hm. Was auch, wir machen hier an der Autobahn, ups, was ist das? Gehen wir hier raus und stellen hier noch eine, ein Umschlagsplatz händ für Müll. So. Nein. Ja. Müllumschlagsanlage, ja. Ah, können wir auf die andere Seite, können wir nicht. Na, ist egal. Kommen wir das zu? Ist okay. Wie sieht's überhaupt mit dem Müll aus, ne? Den bringen wir ja nach hier hinten. Äh, bleibs ja hängen, weil du da nicht durchkommst. Das ist Müll, ne? Ja. 183. Eigentlich sind's eine Million, okay. Oder 18 Millionen sind's, ne? Oder sind's? Ne, keine Ahnung. Ist auch egal. Eine Million, doch. Eine Million 800 irgendwas. Und das sind, was noch, 10 Millionen rein? Sind nur zwei Millionen. Okay, na gut. Ah, guck mal, das ist voll. Ah. Eins ist komplett voll. Und das ist fast voll. So, dann geht's ja noch. So Mülltechnisch. Also wir könnten's wahrscheinlich auch irgendwo nachgucken. Ja, Müllverarbeitungsanlage-Status. Was ist das hier? Ach, das ist die Parkpflege. Okay, hätten wir vielleicht auch mal anders hinstellen können, aber... Dann können sie den Müll gleich hier wegbringen. Äh. Achso. Boom. Da hinten hätten wir auch Strom. Und kann man die Leitung eigentlich nicht kurvig legen. Krass, wie viel hier los ist, ey. Ein bisschen hier. Aber... Füllt sich stetig. Das ist okay. Ja, die wollen halt wieder Arbeiter haben, ne? Ja. Was ist mit denen hier? Äh, Buchstufe. Ähm, möglich dafür. Bildungseinrichtung. Ja, ja. Geht doch denn die Schule. Ach. Unmöglich. Guck mal nochmal. Strom. Ist okay. Wasser. Ja, okay. Stopp. Ah. Sehr gut. Und... Sind das neue? Ja, das sind neue. Das sind neue Gebäude. Sehr gut. Äh, Universitäts, äh, Statue, Universitätsbibliothek, Mathe-AG, Medizinische Fakultät. Sehr schön. Universitätsfestsaal. Aber wer sagt's denn? Sehr gut. Forschungsschipendio hat Akademischen Werk finanziert. Okay. Erschaffe Akademischen Werk 1. Und gewonnene Sporttrophäe. Oh, guck mal. Wir haben eine Schwimmtrophäe bekommen. Sehr schön. Das heißt, äh, unser... Äh, unser... Unser Campus hat an... Ansehen gewonnen. Reputation. Ach, guck mal, gleich... Gleich auf drei. Wie geil. Hallo? Drei Sterne gleich. Der hat gleich einen Stern übersprungen hier, oder? Der hatte vorher nur einen Stern, oder? Ja, geil. Ja, nice. Okay. Wir müssen mehr Studenten her blocken. 913 schon. Okay. Schlecht. Campus-Attraktivität. Okay, das können wir jetzt steigern. Das ist kein Problem. Mh... Hier braucht man eine neue. Ähm... Machen wir nochmal eine Entdeckung? Oder mach mal... Wir machen nochmal eine wissenschaftliche Studie. Machen wir mal 20.000. Meine Güte, wir haben nie eine Menge Geld. Sehr heiß. Peinuts. Oh. Ah, guck mal, jetzt hier. Ach ja, und den Sport. Ich denke mal, weil es halt dann auch mehr Sportstätten gibt. Deshalb plus 160. Wir hatten vorher nur 80, genau. Und die gibt es nochmal zusätzlich. Und jetzt halt nochmal die Trophäe dazu. Aber ist alles auf null. Bestimmt wegen dem Jahr, was jetzt aufgehört hat. Hm. Okay. Gut. Gehen wir nochmal hier ran. Und machen nochmal den Campus. Mit. So. Ja. Und zwar... Und zwar... Hier. Ach, den Lernsaal. Ich war gerade aber echt auf dem Schlauch standig gerade. Ach, was wollen wir denn jetzt? So. Wir haben die... Universitäts... Lernpark. Wer braucht denn sowas? Ja, packen wir den gleich hier mit dran. Das ist ja auch der Lernsaal. Sonst machen wir den mal so mittig hinter dem Hauptgebäude. Obwohl der ist gleich groß, ne? Wenn ich dazu gucke... Ja, ja. Genau. Dann kann man relativ gerade da dran setzen. Hier so. Links. Ja. Jawohl. Dann haben wir Universitäts-Sporttale. Also nochmal was... Bruchliches. Allerdings können wir die... Oh. Hm. Die wäre hier ganz gut hingepasst, ne? Oder sind jetzt die Tennis-Dinger? Ne, ne, ne. Okay. Dann halt nicht. Hm. Ja, warum nicht? Wir müssen es halt... bis dahin laufen und dann auch wieder zurücklaufen und... Das ist die Universitäts-Cafeteria. Also da... Oh. Die ist größer als ich dachte. Ach, die packe ich jetzt überall hin. Dann passt die nirgendswo hin. Nach dem Sport oder vor dem Sport kann man sich auf jeden Fall ein Snack noch gönnen. Ich schiee. Ich schiee. das sieht gerade aus